Da, wo der Pass eben durchging vorm Tor, positioniert sich jetzt der dritte Stürmer hoch. Nächste Schock und das Tor von Deuermehl! Ist das schon unverschämt oder darf man das? Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magentasport. Situation, Rosmauer mit Bars, Friesen, 4-2. Also Tor hin oder her, aber er hat schon Tor geschossen und liefert hier nochmal ein Highlight-Assist ab. Blick auf Rosmauer mit. Bietet sich, also Wahnsinn. Schaut ihr mal den Pass an, wirklich hinterm Rücken und perfekt auf den Schläger. Super, legt er sich mit einem Tipp wirklich so ein bisschen nur in die richtige, hier sehen wir es, tippt die Scheibe an und dann spielt er sie. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magentasport.